Hallo und herzlich willkommen zu Rocket League mit Alessandro und mir JC, viel Spaß beim Schauen. Oh, der Ball wackelt wieder so komisch. Oh, der hat echt drüber gekriegt, ey. Ja, hat ihm nichts gebracht. Der kommt scheiße. Oh, zum Glück warst du da. Ah, du hast hier noch mehr. Ach, du warst auch schon da, okay. Ja, ich bin ja Torwart. Eigentlich. Okay, passt. Ich hau mal vor. Ja, hau mal vor, genau. Oh, ich bin vorbeigesprungen. Okay, du hast ihn super. Ja. Nein. Das war aber richtig geil. So geil. So geil. So geil. Reingeschwogen, ups. Geh, ich bleib hin? Okay. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Alles noch gut. Ja. Oh. Oh. Was machen die da? Geil. Hammer. Das muss ich mir nur mal genauer angucken. Wie geht das mal an? Da fährt mir nichts mehr zu Hause. JT joint the match. Ja, ich bin auch dabei. Witzig. Geil. Du darfst. Oh mein Gott. Ja, passt, passt, passt. Gott, da kommt scheiße auf das Tor. Passt da, passt aber. Genau. Ja. 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 Kennst du noch meinen lustigen Ernst Großwitz? Ja. Ich habe gerade von Johann König ein passendes Gegenstück gekriegt. Wie heißt der älteste Taxifahrer der Welt? Geht raus. Flimmes. Wie? Flimmes. Oh, Achtung. Oh. Ah, der ist eng und der Wand. Oh. Das war's. Boah! Lol. Hast du? Jawoll, Drenzer! Sieht gut aus! Jawoll! Okay, nochmal. Wie heißt der älteste Klaxi-Wahrer der Welt? Limmis? Bin ich verstanden. Ist er gemutet. Ich bin voll konzentriert hier auf der Spiegelse. Ja. Kopf zerbrechen können. Hier vorne. Du gehst vorher, ja gut. Boah! Boah, fuck! Ja, schade. Ja. Jetzt verlieren wir noch Achtung. Na, Quatsch. Die haben wir solide bisher vorgeführt. Du darfst. Ja, nochmal. Der sieht gut aus, der sieht gut aus. Boah, war der nice, ey. Jetzt tanzt du halt. Du darfst. Juhu. Du darfst. Juhu. oder? Nee. Du darfst. Doch, okay, neilla. Ich muss dauernd an Bild-NTS angucken, sonst bringt mich nur zum Lachen, voll gut. Ich bleib mal hinten. Jawoll. Was hast du gesagt mit Bild im TS? Dein, dein TS-Bild. Woll lachen wir nicht. Das sind ja die besten Bälle je, wenn du die so eine Bande entlang schlängelst und dann schnell voll dashst oder selbst rein springst. Jetzt mal darfst du wieder. Okay. Ich übernehme ihn. Jawoll. Ein zu so ein Tor. Fast. Schade. Ich hab dich gewusst, dass du noch erwischt hast. Ich bin über 400. Juhu. Eins. Okay, du kannst vorgehen. Jo. Nimm mich, starte ich immer vorne. Scheiße. Oh. 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 Ich hab dich, ich hab dich schon. Ich hab dich. Ich hab dich, ich hab dich. Oh. Phänomenal. Aber mal rein hier. Rein! Oh, das war so... Ah, Mann. Ich bin leider nicht hinten. Boah, ich auch nicht mehr. Scheiße, hey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht, ey. Ey, so knapp war das wieder. Ja. Aber das ist jetzt... Wir spielen jetzt noch die Nie-Gewinn-Kickers und dann... Achtung, dann geht's los. Ja. Dann gibt's La Cucaracha, Ole. Ja. Ja. Oh. Ausgetrickst! Und! Jawoll! Das war sehr gut, ey. Sehr geil. Ey, wie geil. Du hast ihn hier richtig schön vorgelegt und dann reingeloppt. Ja, ja? Sehr schön. Okay, du darfst. Danke. Nach hinten. Oh Gott, oder nicht? Mach rein. Das hat er nicht gebraucht. Jawoll. Ja, oder so. Jawoll. Das sollte ne Flanke werden. Ein Torschuss. Sehr nice. Die einfachsten Schüsse sind meistens die besten. Ja, gell. Das ist Wahnsinn. Okay, geh ich? Ja. Und der kommt gut, ne? Ja, schade. Geh mal ran. Ach du Drecksack. Woah fuck, woah. Soll ich vor? Ich geh gerade vor. Okay. Okay, den kannst du nehmen. Ah, der kommt. Ja, passt. Aber der andere kommt, Achtung. Fuck. Direkt vom Winkel? Hä? Was war denn das jetzt? Hast du hier drüber gerollt? Ey, keine Ahnung, der hat sich in die andere Richtung gerollt jetzt. Ja, passt schon. Ja, guck mal, der hat sich in die andere Richtung gerollt. Was ich verarsch. Sauber, sauber durchgerollt. Okay, ich geh. Okay. Kennst du den Trick? Und was war das jetzt für einer? Ja. Das war kurz bevor die Karambolage kommt, stehen bleiben kurz und dann wieder vorgehen. Okay. Dann prallt er aber dann die ab. Das klappt aber nicht immer, ne? Ja. Aber schon oft die Möglichkeit, dass man das macht. Ja. Boah. Oh. 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 What should's sagen? Eis? Lol. Ey. Ey, du Drecksack. Ey, du Drecksack. Ey, du Drecksack. Ja, du hast ihn, du hast ihn. Ey. 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 No. Oh. Und 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 und. Ne, da kommt's nicht schade. Klaffer, jetzt. Jawoll. Bin der Vorlage. Haha. Bäm. Ja, das ist sauber. Da ist vor. Ja. Ja, jetzt hat doch nicht geklappt. Super. Verdammt. Achso, du hast es auch so gemacht, ne? Ja. Ich hab's grad probiert. Ja, ich hab's zu arg gebremst. Genau, der Trick ist kurz davor bremst und dann gegenspringen. Das ist wichtig. Weil der auf jeden Fall den Ball nach oben schießen wird durch deinen ersten Kontakt. Kein Problem. Erster Versuch hier. Genau. Wir wollen's ja nicht so einfach machen, ne? Lol. Ich wurde vorgeschmissen, ey. Vorgeschmissen. Vorgeschmissen, ey. WTF? Naja. Nachspiel. Ja, oh, oh, oder? Oh, 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 oder? Aaaaah. Ach so. Du darfst. Okay. Das meine ich. Immer kurz warten, dann dagegen springen. Ja. Dann prallen die meistens in deren Richtung. Ach, Mino, ey. Alter, bleibt doch mal stehen. Ach, Mino, ey. Die strengen sich wahrscheinlich genauso an wie wir gerade. Ja klar. Zieht dann genauso. Ah! Boah, der war übel. Komm zurück. Boah, komm. Jetzt hat er den noch gestoppt. Oh, jetzt ist er aber zu schnell zurück. Ja. Ja, schnell zurück. Yes. Ja, mach du. Boah, ich hatte kein Turbo. Verdammt. Aufpassen. Ich bin wieder hinten. Ist gut. Wie vor? Ach so. Oder du kannst auch, wenn du willst. Hm, ja, ich geh mal vor. Okay. Probier's mal. So ungefähr. Ah, schade. Sehen wir gegen? Oh, der war auch knapp. Alter, ey. Das ist ein knappes Spiel. Ach, du warst auch schon da? Ja. Ich warte mal bis... ...beste Zeitpunkt halt ab. Boah. Eieieiei. Er kommt schlecht, glaub ich. Er kommt sehr schlecht bloß. Boah. Rägt schon mal rein. Geht's aber. Ja. Er ist drin. Jawoll. Ja. Jawoll. Geht's immer warm. Geht's immer warm, ey. Geht's immer aber echt warm, ey. Boah, ey. Das macht echt Spaß, ey. Yeah. Das Replay werde ich mal saven. Das war ganz nice. Ja, das war echt nice. Ja, das war echt viel Spaß. slash die cave. Ja, das war ganz toll. Gotts? Ja, das war echt viel Spaß. Ja, das war echt cool. Ja, das war echt... Vielen Dank.